Willkommen zu Let's Play Puddle 2, den Koop mit mir, Sandy4338 und... Mia, der Mr. Baby Mario, hallo! Ja, das musst du jetzt machen. Okay, gut. Wir haben das hier übrigens schon mal versucht, aber dann war die Internetverbindung für Löten. Von Mia, nicht von mir. Ja, und sie hat sich eine Rungenschaft geholt. Eine ganz gemeine. Nein, die habe ich noch nicht mal bekommen, weil du nicht genug in die Grütze gefallen bist. Du bist in der Luft geschwebt. Ah, das war... Ah, okay, dann kannst du das nochmal machen. Okay, jetzt versuchen wir aber noch zuerst eine andere Rungenschaft schnell. Und... Okay, du gewinnst. Das heißt, du musst es noch zweimal gewinnen. Versuchen wir eben also, dass die Rungenschaft... Ach, nein! Wie heisst die überhaupt? Äh, Schwerersteinpapier? Aha. Simpler Name. Okay. Und ja, ich glaube, dreimal, oder? Dreimal hintereinander gewinnen. Ja, wir versuchen es jetzt nochmal. Eigentlich zweimal und dann... Mann, was soll das? Es will nicht wirklich. Hey, ach so, die meinen das nicht dreimal ganz hinten. Ich habe es gerade bekommen. Sternschere Portal. Ach so, das heisst doch Sternschere Portal. Entschuldige. Die Rungenschaft. Ah, gut. Das heisst, du musst nur insgesamt irgendwie... Keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Ach egal. Ich bin nicht so Errungenschafts-süchtig. Aber wie bekomme ich die zwei unteren? Welche zwei unteren? Das links untere... Ach so! Ist ja umarmend, das weiss ich. Ja, äh... Aber das habe ich noch nicht. Das heißt ja... Ja, also... Du... Du kriegst sie dann, wenn wir dort angekommen sind, wo man sie sonst noch wieder bekommen. Ach so, okay. Das heisst, ich bekomme es jetzt nicht, wenn ich verschieden oft irgendwelche Errungenschaften versuche oder bekomme. Nein, die kriegt man einfach im Verlauf eigentlich des Spiels. Aber ich habe die ja schon... Wir haben null Umarmungen. Ja, weil du es noch nicht kannst. Jetzt nicht unbedingt stört. Okay, äh... ja. Hui! Ja, aber eben... Also, sie hat aber... Also, sie spielt sehr blind, aber keine Sorge Leute wegen der vorherigen Aufnahme. Sie hat... Es ist nicht so, dass sie die Testkammer gesehen hat. Also, schon gesehen, aber wir haben eigentlich nichts gemacht. Wirklich. Ja, ich habe ihn versucht umzubringen. Nein, ich wollte nur eine Errungenschaft haben. Das kannst du gerne noch was. Ja, von mir aus kannst du die haben, wenn du willst. Aber diese Errungenschaft erinnert mich, die aus dem ersten Teil Brudermord, wo du den Begleiter guckst. Ja. Ah ja. Streck wirf's. Das arme Strecke wurde von den Menschen erschaffen und dann aufgegeben. Wie so oft schaffen sie etwas Wundervolles und lassen es dann fallen. Wisst ihr, warum sie diese Strecke aufgaben? So tödlich. Ist das lustig? Oh. Flutlicht Oberflächen heisst diese dritte Strecke. Okay, bring mich um. Wie das klingt. Okay, warte, ich will noch eine Geste machen. Ja, das musst du ja. Ja. Sonst gilt's nicht. Die werden's nicht. Ah, 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 ah. Ja, bodenlos. Ich hab sie bekommen. Danke. Gut so. Okay, dann gehen wir mal. Willst du auch eine? Oder hast du die schon? Äh, keine Ahnung. Es könnte sein, dass ich sie schon habe. Weil ich und mein Partner haben sehr viel Unsinn getrieben. Aha. Wie kommt da noch einer? Aha. Und wir waren halt beide Jungs. Ähm. Keine Angst. Ui. So. Ich hab etwas von einer Errungenschaft gelesen. Ach nee. Kann man von der auch hören? Na gut, eigentlich stimmt. Warte mal. Hä? Ach so. Hä? Ich muss auch arbeiten. Ja ja. Geschafft. Oh mein Gott. Jetzt hat's bei mir gerade auch gelegt. Irgendwie. Also ich hab gelegt. Wisst ihr was mich zum Lachen bringt? Der Gedanke, dass ihr damit aufführen könntet. Mich blinkt immer wie... Nein. Mich bringt Kuchen zum Lachen. Kuchen. Weisst du was ich an einer Frechheit finde? Was? Kennt ihr schon den von der deaktivierten Remontageeinheit? Nein. Ähm. Warum? In Portal 2 wird so wenig Kuchen erwähnt. Einfach so wenig. Ah ja. Das bin ich nicht so. Im ersten Teil waren sie viele Kuchen nadeschen. Ja. Wo ist denn der Knopf? Ach ja. Falls du irgendwo mal einen Liebeskubus finden solltest. Dann hol mich und zeig ihn mir. Ja. Ähm. Den will ich dir unbedingt zeigen. Der ist so super. Also ich... Den wollte ich dir sowieso schon zeigen. Es soll nämlich irgendwann versteckter Liebeskubus sein. Ja. Aber der kommt dann auch ziemlich später. Ach da oben ist es. Oh Gott. Und dieser Test... Diese Testkamera... Äh. Ach ja. Hier kannst du mich nicht fragen. Wie? Ich bin mir zu 100%ig sicher, dass wir das falsch gelöst haben. Ich und mein Vater. Ja. Wie komme ich nur drüber zum... Ah. Da ist so eine Brücke. Ja. Toll. Jetzt habe ich eine Brücke gebaut. Wo? Also noch nicht gebaut. Noch nicht gänzlich. Äh. Ah. Jetzt funktioniert es. Bei mir sieht das seltsam aus. Naja. Ach da muss... Da wird man hochgeworfen. Ah. Wieso sagt mir das keiner? Wir machen sofort. Ähm. Ja. Weil es keiner hier gibt. Denn nicht der das wissen konnte. Lalalala. Ja. Nein! Nein! Ah! Okay. Wie funktioniert das jetzt? Warte ich glaube der der nicht springt muss das Portal machen. Wer springt? Ich vertraue dir. Ja. Du musst... Versuch einfach auf die Lichtbrücke zu springen. Was wir da machen, weiß ich noch nicht. Ähm. Du setzt am besten. So. Das dunkelblaue dann einfach unter mir. Also. Ganz einfach. Genau. Okay. Ja bitte! Wohin hüpfst du jetzt? Ich habe gedacht unter dich. Ja ich war schon drauf und dann hast du es wieder verschoben. Bist du jetzt drauf? Jetzt ist er wieder nicht drauf. Echt der Wahnsinn. Doch ich bin doch. Okay. Ich drück mal den Knöp. Ja. Falsche Richtung. Oder? Nein doch nicht. Wo ist der Knopf hin? Jetzt habe ich den Knopf schon wieder verloren. Ach du unten. Wo ist der? Wo gehst du jetzt hin? Warte. Geh durch dieses dunkelblaue Portal. Ich habe ne Idee. Ach da. Da da. Nein warte warte warte. Nein. Achso. Okay. So. Was hast du jetzt vor? Achso. Weißt du ich habe auch ein Portal. So. Hab ich gedrückt. Ja. Und da kommt die Kugel. Achso. Da. Achso. Da. Mein Bruder. Nein. Was machen wir jetzt mit dem Ding? Also was du auch. Doch. Doch. Ist nicht so schlimm. Aber warte mal. Ich dachte halt gar nicht hoch. Ja. Weil hier oben ist das Ding und. Ähm. Ja. Eben. Ehrlich gesagt. Ich weiss nicht wie man die wirklich richtig löst. Weil ich bin mir ziemlich sicher dass wir sie. Also ehrlich gesagt. Wir haben die Kugel irgendwie durch die Lichtbrücke durchgepackt. Und. Das war ganz schön cool. Warte. Warte. Geh in die Mitte von dieser Brücke. Ich habe eine Idee. Ich gebe dir während dem Flug die Kugel ab. Okay. Hoffentlich geht das. Ja. Okay. Das geht doch nicht. Warte. 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 Ich. Nein. Nein. Was hast du jetzt vor? So. So. Ich glaube du musst die Lichtbrücke ein bisschen mehr nach rechts oder links verschieben. Aber wirklich mal ein bisschen. Okay. Warte. Das könnte vielleicht. Da musst du. Ja. Ungefähr so drauf. Ich hoffe das funktioniert. Ah. Lebt sie. Blöd. Nein. Ähm. Ehrlich gesagt habe ich gedacht du lässt die Kugel eben alleine hoch. Ach so. Aha. Ah. Also. Deswegen habe ich jetzt gedacht wieso du mitkommst. Was tun wo ist die Kugel hin? Hatte sie nicht gerade noch in der Hand? Hey. Ich kann die Kugel nicht aufnehmen. Doch jetzt. Oh. Vorher war sie auf einmal nicht mehr da. So. Irgendwie. Ich muss wieder hoch. Ui. So du gehst du. Okay. Ja du hast ja diese Portale hier also. Ähm. Warte. Ach ja. Du hast das ja schon so richtig gesetzt. Jetzt nur die Kugel. Okay. Ne warte mal. Wenn ich dann oben durch das Netz fliege ist das Portal auch weg. Ja eben. Deswegen nur die Kugel. Nicht du auch noch. Ja. Aber dann hast du nur die. Dann hast du nur die Kugel in der Hand. Ja. Nur die Kugel. Und stehst nicht mehr auf der Lichtbrücke. Doch. Doch. Ja. Aber wenn ich durch dieses blaue Dings falle. Ja eben. Ja schon klar. Aber deswegen wirfst du nur die Kugel auf das Katapult und du bleibst unten stehen. Ach so deswegen. Aber ich habe gedacht die Kugel. Ach so. Okay. Dann musst du aber auch die Kugel fangen. Ja okay. Es kommt zum Glück eine neue Uni, dass wir den Knopf drücken müssen. Aber so. Ich keine Ahnung. Wieso haben wir uns das letzte Mal das so schwer gemacht. Wo. Hey. Jetzt ist sie an mir. Ich habe sie gar nicht gesehen. Irgendwie hat sie auch teleportiert wie du manchmal. Mhm. Sonst müssen wir noch die Rollen tauschen. Was machst du jetzt die ganze Zeit? Aha. Noch einmal. Und sonst müssen wir mal die Rollen tauschen. Weil irgendwie bei mir lebt sie ein bisschen. Okay warte. Okay. Drei. Zwei. Eins. Okay. Du machst das. Ich weiss dass du das kannst. Nein ich bin schon offen. Das Potential. Oh. Junge. Schöne Gefit nach oben. Ui. Ich habe Potential. Ich habe Lack Potential. Und das klang irgendwie total falsch. Ui. Ich glaube ich schicke dir ein bisschen weiter ran. Ich glaube es liegt mich daran. Okay warte. Zählst du mal bitte. Also so drei, zwei, eins. Also okay. Ich glaube das würde mir ein bisschen helfen. Drei. Zwei. Eins. Nein. Noch einmal. Komm. Ich bin so inkompetent. Aber sogar meine Portale legen. Seltsamerweise. Naja okay. Drei. Zwei. Eins. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich geh jetzt nur noch nach hier. Und. Ja. Leg sie hin. Ja. Ah. Okay. Jetzt muss ich das schnell machen. Ähm. Okay. Du kannst. Springen. Wohin? Achso. Du lässt es dann unter mir. Okay. Verstehe. Seid ihr schon auf die eine gute Eigenschaft der Menschen gekommen? Ich gebe euch einen Tipp. Es ist die eine Sache die ihr nicht könnt. Nein. Das können wir nicht sterben. Oh Gott. Aber das ist nicht gut. Ähm. Nein. Ich meine. Nein. Wir können nicht auf die Toilette gehen. Oh mein Gott. Das Telefon. Nein. Ich höre es sogar. Du kannst abheben. Verdammt. Warte. Ach ja. Ist echt genial. Wo ist denn die Laders schon wieder? Ich kann jetzt. Boah. Jetzt machen wir. Nein. Jetzt gehen die Tür nicht mehr zu. Das ist ja so gemein. Jetzt müssen wir irgendwas machen, dass er nicht bemerkt. Vielleicht verstecken oder so. Jetzt verstecken wir uns. Psst. Ganz leise. Und dann verstecken wir ihn. Ganz leise. Ganz leise. Nimmst du noch auf? Ja, ich nehme noch auf. Oh Gott. Ich hoffe ich konnte. Oh mein Gott. Ich hoffe das hat noch nicht die Aufnahme. Sind Schwestern nicht schön? Nein. Ich mag sie eigentlich mit mir. Alala. Also. Was hast du ihr gesagt? Ach ja, warte. Wir haben ja eine. Äh. Egal was es ist. Die soll es mir später sagen. Ähm. Nein. Ich sagte was los sei. Und sie wollte eigentlich nur mit meiner Mutter sprechen. Und dies da bin ich hier. Yay. Okay. So. Revanche. Niedergeschreckt. Niedergeschreckt. Ähm. Ja. Du willst doch jetzt verabschieden nach jeder Testkammer oder nicht? Ach ja. Boah das habe ich total vergessen. Wegen dem Telefon und alles. Okay. Gut. Das war Let's Play. Port 2 in Co-op. Mit mir Sandy 4338. Und. Dem Flo.